Die neuen Batman Slots Hi, hier ist Frankie von den Casino News. Der Spieleentwickler Playtech hat einen Deal mit Warner Bros. abgeschlossen. Im Zuge dieses Deals ist der Launch einer Batman Slot Serie geplant. Als Vorlage diente die Batman Classic Serie. Es war dies eine überaus populäre TV Serie aus den 60er Jahren. Geplant sind vier Slot Games, zwei sollen heuer noch veröffentlicht werden. Es ist dies der Batman and the Joker Slot und der Batman and Catwoman Cash Slot. Die Batman Slots sind ein Teil des DC Super Heroes Jackpot Netzwerkes. Es gibt hier vier Jackpots und der höchste garantiert einen Millionengewinn. Was euch hier erwartet, seht ihr in folgenden Klicks. . . . Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.